Wir schliessen dabei rein zufällig unser Pferd mit ein, warum auch nicht. Na gut, okay, machen wir das hier lang. Und da lang. Ich frage mich, dass das Schweine oben auf den Baum macht, aber okay. Ähm. Gehen wir den da noch weg und dann setzen wir den da noch hin. Dann nochmal hierzu. Hierzu. Dann holen wir uns mal hier durch. So. Dann haben wir so eine zweite Range. Range vor allem. Warum sage ich Range? Ja, mit dem Schluchten muss ich irgendwie klarkommen. Ich buddle dieses Krab mal so ein bisschen zu. Hm. Mal auf dem Ausgehen. Ich könnte ja eventuell. Das soll man, dass ich hier noch eine hinsetze. Ich wollte die so in verschiedenen Etappen, wollte ich die setzen. Durch die eine da ist, dann die eine ist ein bisschen höher, die andere ein bisschen niedriger. Aber wegen der Schlucht geht das ja gerade da drüben gar nicht. Das ist ziemlich behindert. Deswegen probiere ich das jetzt gerade mal anders. Ich wollte natürlich erstmal äh eigentlich nicht außerhalb bauen, sondern nur innerhalb der Mauer, die ich dann ziehe, damit wir da fertig werden. Problem an der Sache ist natürlich, dass ich diese Dinger hier nicht innerhalb der Mauer sitzen kann, weil da gar nicht genug Platz für solche Ranges ist. Ranges? Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Was sind die Mauerzahl von Range? Eine Range? Zwei Range? Zwei Range? Ich weiß es nicht. So, auch das weg und hier weg und das ist auch alles weg. Moment, nur bis hier. Moment, nur bis hier. So. Der ganze Spaß immer weg. Schauen wir uns gleich wieder mal an. Also da ist jeder, wenn wir wirklich wieder füllen bis hier, dass wir hier zwei Pferdedinger hinsetzen können, aber es passt ja, ist ja okay. So, jetzt den ganzen Steinboden hier rauszimmern. Das ist... Ach, was macht das für ein Spaß, für ein Spaß, für ein Spaß? Ach, was macht das für ein Spaß? Da gebe ich richtig Gas. Ach, was macht das für ein Spaß, für ein Spaß, für ein Spass? und auch hier alles zu mit erde ich überlege ob wir dann die Pferde nach Farben sortieren, ist aber glaube ich keine gute Idee, weil sonst können wir ja keine neuen Kombinationen erzeugen, zumindest nicht so schnell neue Kombinationen von Pferden erzeugen Oh, jetzt habe ich die Pferde, äh das Pferde an, ich habe das Pferde angebracht dann gehe ich mal schnell schlafen Bevor jetzt hier richtig Monster auftauchen Puh, gute Nacht Ah, was für ein wunderschöner Morgen So Lalalala So Ah, das heißt, hier ist auch noch weg Das ist eigentlich zu wenig, was ich hier habe Dann muss ich schon ein bisschen nach weg Das könnte man jetzt als zweite Range nehmen, ja Range, brauche ich eine Range sage Ja, ich weiß, dass Range, äh, weiter heißt, also, weiter Wie war das gestern mit dem Wolke, wo man das bequatscht hat, wo man das bequatscht hat, dass man immer mehr Steine und Erde hat, als man eigentlich will, kein Wunder, wenn man sowas abbaut hier Wenn ich mal die hackt, dann haben wir noch ein bisschen mit anderen Steinen Warum nicht, ich habe ja eh noch eine davon liegen Da können wir die auch gerne ein bisschen alle machen So Ich muss die Schaufel dann wieder erneuern, das wird sehr gut gehen Da die Schaufel an sich ja nur eine Verzaugung hat, wird sie sehr leicht reparierbar sein Ähm, andererseits Wird, soll ich jetzt sagen Muss ich ja auch noch die Spitzhacke mit dem Glück machen Ähm, ich würde es also noch so dauern, bis ich das alles schaffe Kann nichts mehr aufheben Schöne Kohle hier So Invidia GeForce Driver hat ein Update GeForce Experience vorzunehmen, installieren und ja, was auch immer Interessiert mich grad aber echt die Bohne Ich will grad einfach nur aufnehmen Yay Vergraben Tadaa Äh, das war ein wenig Äh, äh, äh Da hat mich grad irgendeine Mücke gestochen oder sowas Das ist ein dumm Witz wahrscheinlich Also, naja, Witz war es ja in dem, doch es war ein Witz aber Das war ein Scheiß, da wird es auch Okay, hier vergessen wir das Loll, was war das denn? Das ist wahrscheinlich unter mir irgendwas Ne, da ist eine Spinne Loll Tot So Ja Ja, da habe ich jetzt ein zweites Gehege Und dann mache ich hier mal Theoretisch müsste ich jetzt hier auch noch alles aufruppen mit der Schaufel Das Problem ist dann ist die Schaufel kaputt, deswegen lasse ich das gerade Gehen wir mal noch zu, damit hier auch rumgelaufen, rumgelaufen werden kann Ja, da haben wir jetzt hier zwei schnell fabrizierte Ranges, Ranges, Ranges Wo ich einfach mal jetzt, äh Ein schwarzes Und ein weißes hinpacken werde So Ein paar Blümchen Ja, da habe ich kein Sitzding, okay dann halt nicht So Habe ich immer noch 3000 Pferde Nehme ich mal noch eins mit hier hoch So Ähm Pferd Gut, okay Und noch ein 4. Sekunden, dann haben wir da oben vier Pferde und dann, äh Weiß ich nicht, keine Ahnung, dann freue ich mich So Tadaa, vier Pferde Und dann hat sich das Jetzt haben wir hier natürlich noch 1000 verschiedene Erze und was weiß ich nicht alles Zudem ist mein Inventar wieder voll, auch nicht schlecht Das brauche ich hier, das brauche ich hier Die ganze Erde brauche ich hier eigentlich nicht Oder brauche ich die Erde hier Gut, ich könnte jetzt rüben das Loch gleich mal ausgleichen, wenn ich einmal dabei bin Hier war ja noch was, so Ist das Loch auch endlich weg Dann kann ich da gleich mit Dings weiter machen Sie können nachts nicht schlafen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal